Liebe Betriebsangehörige, wir haben heute mehrfachen Grund zum Feiern. Wir feiern 85 Jahre Firmenjubiläum und natürlich den 70. Geburtstag vom Papa, vom Friedrich. Danke, normalerweise steht er hier. Und vor allem und besonders möchte ich auch einen Mitarbeiter von mir besonders danken. Das ist der Herr Jägerli. Ja, ich merke, dass du da auch noch freust. Vielen Dank. Das hätte doch nicht nötig getan. Ja, aber, danke, danke, danke. Wir haben heute einen ganz besonderen Gast, einen Überraschungsgast eingeladen. Ich hoffe, ihr begrüßt mit mir recht herzlich Dagmar Frederik. Ja, und jetzt kommt ein Lied. Papa, das ist für dich. Du singst es ja immer so auf. Wir wollten eine Freude machen. Und jetzt geht es musikalisch gleich hoch hinaus. Und jetzt hoch auf den Gelben. Ich glaube, das war nicht mehr so auf. Bye. Und jetzt hoch auf den Shah, und jetzt her auf den Shah und das Haulen. Musik 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 Die Einzigen, die nicht an der Stimmung teilhaben, sind die zwei da hinten. Die haben ihre eigene Stimmung. Hallo, hört auf zu Knut, Janet, und bitte. Hey, wir hängen hier fest. Hat er eigentlich beschlossen mit meinem Mann, dass ich hier eine tolle Hüfte nach oben soll. Und jetzt auch, wenn ich hier nicht so arm spielen muss. Hey, hey, halt. Rollen, rollen, rollen. Schreien Sie mal, ich schreibe das Mikrofon, der kann sich das hören. Renner! Renner? Renner! Ach, wir machen das Renner. Wir machen das einfach so, ich lasse es mal schnell. Das ist herzellend, oder? Nee, ich kette da mal schnell rüber. Und dann lasse ich mich runter. Das kann ich einfach rum. Da kann nichts passieren. Kannst du mir mal jemanden rufen? Renner! Renner! Hallo. Guck mal. Auf den Klassen. Hallo. nur Knut du aber ein Betrugner. Ich werde weich nicht. Hallo. Hallo, da ist ein Knopf. Hallo, bitte. Mensch, nach unten, nicht nach oben, nach unten, nach unten, nach unten ist so, guck mal, hallo, nach unten, hallo, hier oben, hier, 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 auf, guck mal, guck mal. Bitte, wollen Sie mir bitte runterhelfen, der ist betrunken, da guck doch, der ist eingeschlafen. Bitte, ich probiere sie mal runterzulassen. Nein, das geht nicht, ich hole mal schnell den Schäf. Leider! Ich glaube, der wacht wieder auf. Auf, wach drunter, hallo, ich gehe immer wieder, aber ist ja der wunderschön, der wacht. Ach so, ausstellen. Holen kann der Leiter. Ruh, halt, 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 halt. Komm, so, aufspannen. Ruh, halt, 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 halt. Jetzt ist der arme Völkstherr. Abschleppen. Ja, sie ist mit dem Sicherheitsmann. Man, der ist betrunken. Vielleicht schaffen wir es ja, wenn Sie auf den richtigen... Nein, nein, das rühre ich nicht an, das ist kein Schweizerfabrikat, erstens, zweitens, die sind ja nicht ausgebildet. Das ist auch kein Schweizerfabrikat, das ist kein Schweizerfabrikat, das ist kein Schweizerfabrikat. Also, Leitern auf, hier, anlegen, da, 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 da. Das ist kein Schweizerfabrikat, das ist kein Schweizerfabrikat.